Musik Ey, wir sterben... Oh, ich trage blau. Wir sterben nicht. Du trägst blau. Und grüne Boots. Junge, was ist mit dir los? Ich trage rot. So wie du eben. Und grüne Boots. Oh, ja, ist ja gut. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Was? Die Hilfe. Ich sag's dir, nur weil ich keine Mütze getragen habe. Ja, kann man. Unter Einstellung kannst du die Hilfe ausschalten. Nur weil du keine Mütze getragen hast. Genau, das wird's gewesen sein. So. So. Na, dann mal los. Glaub mir, der Startpunkt hier ist nicht schön. Der ist nicht schön. Hier starten die meisten Spieler. Macht doch nix. Na, das ist. Spiel ist... Fünf Gegner zu töten. Egal welche. Warte mal. Komm mit. Wo fühlst du mich hin? Ist es da dunkel? Oh nein. Ey. Das war ein Brandsatz. Achtung, hier können Spieler sein. Oder auch nicht. Der wird doch nicht so dämlich sein und sich seine eigene Falle schmeißen. Gegner, Gegner. Pass auf. Leidungsstück. Hä? Was? Hey, Spieler, 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 Spieler. Schnell auf einen, auf einen. Komm, hier, den M7. Der ist down. Der ist down. Der nächste. Was machst du? Töte sie. Töte sie. Y-Plündern drücken. Mein Gott. Wieder zwei. Ja, immer zwei. Wir sind auch zu zweit. Unsere Gruppenkonstellation wird immer die gleiche bleiben. Das heißt, wir treffen immer auf zweier Teams. Das will ich aber nicht. Ja, du willst immer auf einer treffen. Habe ich Nahrungskonserver? Ja, ich habe mich die Regel. Geil. Ich kann mich regenerieren. Aha. Maske. Dann habe ich zwei blaue Items jetzt. Nehmen wir hin einer. Oh, ich will mir Wasser. Drüben noch was drin. Oh ja. Da bin ich. Das ist mir. Ne umgebaute SMG 9. Ist ja schon mal gut. Ja, in grünen ist nicht so toll. Ja, das ist ein bisschen. Wir gehen über den anderen Escape raus, bitte. Ne, warte mal. Wo sind wir gekommen? Hinter uns sind wir hergekommen. Nein, stimmt nicht. Du hast dir gleich als allererstes das Medkit geknallt. Diese Medizin gekrallt. Wir sind nicht von hier gekommen. Na, das weiß ich. Und hier wollte ich auch raus. Also ich wollte da raus, wo wir nicht hergekommen. Ja, sag ich ja. Ja, okay. Loll, die sind runtergegangen, bevor sie eingesammelt haben. Ja. Kommst du auch, oder? Ach, ich war bei der anderen Seite gerade. Ja, ich komme. Ach so, wir haben gerade das Versteck auseinandergenommen. Das ist natürlich auch cool. Wir rennen mal zu dem anderen Versteck hoch. Ne, wir müssen weiter nach innen. Ich muss mal kurz was anderes... Ich markiere uns mal... ...n Punkt... Ja, okay. Er führt uns jetzt trotzdem da lang, aber... ...auf dem direkten Weg am besten. Oh, guck mal. Für mich Medizin. So, weiter geht's. Willst du hochgucken? Mhm. Ja, mir ist kalt. Oh, Gott. Ist hier oben was? Können wir irgendwo aufwärmen können hier. Hallo. Aufwack, Gegner. Scheiße, und ich friere. Alter, jetzt muss ich da hoch, oder was? Nein. Komma. Ich bin schon am Einfrieren. Ich auch. Ich renne jetzt in ein Gebäude rein. Oh, Gott. Immer meiner Nase nach. Ich hatte jetzt keine Zeit, den Scheiß einzusammeln, der da ist. Na toll, wie bist denn du hier hochgekommen? Ich häng fest. Ich raste aus. Und ich komm zu dir. Ich komm hier nicht raus. Ich raste aus. Hier musst du hoch. Hoch springen. Oh. So, komm mit. Ich bin dauernd. Wiederholen kannst du mich nicht mehr, wa? Ich hab keinen Erste-Hilfe-Set. Warte mal, vielleicht hat er eins. Ja! Ich hör Steps. Ich auch. Ich bin down. Erst mich wieder aufheben. Hier sammeln wir mal auf. Wir müssen in den Wärmekacke rein. Komm schnell. Ja. Wo ist denn Wärmekacke mit dem Arsch? Hier, da wo ich bin. Und jetzt packen wir Plätzchen. Da, Alter. Alter Schwede, ey. Geil. Oh, das ist anstrengend. Was hat denn der für eine Wumme gehabt, dass der mich so aus dem Leben gefickt hat? Der eine eben, eine Pumpe. Ich bin heilfroh, dass ich das irgendwie noch überlebt habe. Der Typ hat ja erst nicht registriert, dass ich ja auch noch bin. Weil ich irgendwie an ihm vorbeigelatscht bin. Ähm. Warte mal. Objekt teilen heißt eins rauswerfen, ne? Ja, warum? Was hast du denn? Blauen Rucksack. Hast du schon einen, oder? Ja, ja. Müsst du draußen liegen? Jo. Cool, danke. Lol. Hast du jetzt schon eine bessere Knarre? Nö. Okay, warte. Oh, du willst mir nicht die Pumpe geben? Nein. Widerlich. Okay. Kann losgehen. Boah, jede Frisse. Alter, ist ein Scheiße. Ja, einen müssen wir noch, glaube ich. Okay, jetzt ist mir auf jeden Fall nicht mehr kalt. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Was ist denn hier? Hier ist ja gar nix. Wie bist du da rausgekommen? Laufen. Außenrum, oder was? Nein, innen. Hier ist die Tür. Ja. 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 Da könnte was lilases drin sein. Oder grünes. Ja. Bitte misst die Riegel. Nein, ne kacke Wurse. Das ist dasselbe. Was hast du denn gefunden? Äh, ne Jacke in weiß. Mhm. Mhm. Das Ding heißt Softshell Jacke weiß. Schön. Ist aber ein Hemd. Ne. Okay. Rechts von uns war ein Schuss. Oh, hier ist warm. Hier hat was gepiept. Ja, hier ist er. Rechts. Elektronik. Das Ding ist sehr gut. Ja, hier ist er. Also ist er. Hast du Müsli-Riegel oder sowas? Dann wirf dir das mal ein. Jetzt habe ich einen. Ich habe noch keinen Hut gefunden. Oh, ich habe ein Medikament. Ja gut, ich meinte, es ist noch aktiv, von daher könntest du die Riegel einschmeißen. Draußen, ich glaube, hier war noch irgendwo Werkzeug. Ja, da hinten. Hier nochmal Werkzeug. Ich habe schon ein paar Mal Werkzeug genommen. Einfach das Medikament über die Pille drüber, oder was? Nee, das geht nicht. Wenn die Pille noch aktiv ist, dann nicht. Ja, ja. Oh, warte. Wo ist denn der Punkt, den ich markiert habe? Sind wir schon da? Oh ja. Wir sind schon da. Geh mal hier zum Wahrzeichen. Also wie viel ist bei dir? Links, 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 Vorsicht. Minus fünf habe ich. Ich habe minus zehn. Okay. Erster rechts down. Erster rechts down. Sechser schuhe. Na wunderbar. Sako drei. Kommandopaket. Was ist das? Ne, Jacke grün. Drei. Hier, Medikamente. Kannst du, ich habe auch gerade schon einmal aufgenommen. Ich friere. Ja. Ja. Cool. Gibt es dir eine Tonne? Bestimmt. Einfach mal Richtung das, was ich markiert habe. Ich sehe nicht, was du markiert hast. Achso. Okay. Hier müsste gleich was kommen. Kannst du das Ding aufmachen? Nein. Okay, dann hier rechts. Das ist bloß ein Zelt. Gehen die Zelte? Ich glaube ja. Ja, Zelte gehen. Oh, wieder Medikament. Schmerztabletten. Ja gut. Die Spritzen halten immer länger als die Tabletten. Minus neun. Zelte gehen nicht. Doch. Kälte geht. Du frierst nicht mehr. Ich friere. Nein. Ja, ich kipp gleich aus dem Latschen. Ist mir Wurst. Ich such mir jetzt irgendwo eine Scheißtonne. Hä, lol. Achso, jetzt verstehe ich das. Stimmt, du hast Dings nicht. Ne, ich habe keine Mütze. Warum frierst du? Muss da irgendwo was sein, Mann. Wir müssen irgendwo rein, normalerweise, an der Stelle. ATM Inside. Ich höre doch hier Feuer. Da würde ich mich ja nicht verarschen. Ich finde hier nichts. Muss da irgendwo ein Raum sein. Warte mal, hier ist eine Aula. Oh, verdammte Scheiße. Was denn? Ich seh dich gar nicht. Da hinten. Ist da Feuer oder was? Nein. Doch, da hinten brennt irgendwas. Nee, das ist nur ein Licht, oder was? Was ist da? Scheiß. Alter, hier muss doch irgendwo was zum Aufwärmen sein. Hier, 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 bei mir. Oh, guck mal her. Ich. Letzter Balken. So nahrungskonserven oder irgendwas? Ja. Gut. So, jetzt haben wir gerade den ganzen Scheiß da liegen lassen, ne? Bitte? Jetzt haben wir gerade den ganzen Scheiß da liegen lassen, ne? Oder hast du was aufgenommen von dem ganzen Kram, der da rumlag? Nee, da siehst du, da sind Klamotten liegen. Hölzer habe ich aufgenommen und irgendeine Wumme und dann bin ich einfach nur hier rannt. Ich hab nicht mal geguckt, was das war. Minus 5 ist natürlich auch relativ bescheiden, war. Ja, hier liegen Klamotten. Vielleicht ist da was dabei. Hier ein Hemd. Ja, ein Sache. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Klar, ja, hä. Aber hier bei dem... Bei der Dinkstation, wo ich jetzt eigentlich gerade hin will, da müsste es 100 pro was geben. Natürlich auch Gegner, aber wenn wir die erstmal down haben. Ich lade nach. Ich lade nach. Ja. Oh, ich mach mal schnell Feuer an. Oh, ich hab ein Medikament. Mhm. Was ist hier? Ein Riegel. Dann wird hier wahrscheinlich auch ein Riegel drin sein. So, ich glaub, jetzt haben wir das Ding gecleared. Genau, das war die... Das, was wir jetzt hier hatten, das sind immer so eine Einsatzpunkte, so eine Wahrzeige. Oh, schoner. Alter. So, ich kann dir gleich mal... Willst du ein Scharschützengewehr haben? Keine Ahnung. Ja. Ich hab ne Ska... Ne, Moment, die Ska H. Ist kein Scharschützen. Weiß ich nicht. Hau einfach raus. Ich hab bis jetzt bloß die Pumpe. Von daher könnte alles besser sein. Ähm... Objekt teilen. Könnte ich die auch raushauen? Ja, doch. Ist ein Sniper. Okay. Das ist... Das ist... Ja, die SMG9 kannst du wieder aufheben. Also, ne grüne Waffe nicht mehr. Kannst du aufheben für Waffenteile dann später. Ähm, wir gucken jetzt mal... Wo wollte ich jetzt hin? Achso, ich hab schon markiert. Okay. Hier, da ist noch ein Riegel für... Hier, Riegel. Cool, komm. Achso, ich hab... Was? Aussehen. Hatte ich doch auch irgendwas Neues. Jacke. Das kannst du nicht teilen. Achso. Ne, hatte ich... Irgendwas Neues. Ne Dreier. Ja. Okay. Ich hab geschossen. Ja. Brauchst du noch ein Holzer? Ne. Äh... Holzer hab ich. Blau. Ja. 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 Ich komme mir gar nicht hinterher. Alter, und ich bin schon wieder gleich am frieren. Junge, Junge. Okay. Wie viel Minus hast denn du schon, dass du hier so die ganze Zeit laufen kannst? Minus 10. Hab ich auch. Tolle Wurst. Das Spiel mag mich nicht. Meinst du? Waffe und Stoff, das war... Alter! Hier. Ach, das ist die Leiter, die blinkt. Hm? Nein. Wie viel Lärm? Hm? Ich hab Gott gegen den Getränkeautomaten gehauen. Da ist die Regel... Oh. Warte, du hast... Ähm... 48 Minuten 36. Oh. Bei uns. Rechts! Hinter uns! Gold! Schnell, komm wieder in den Raum rein! Warte, ich leg ihn ab! Das wird ein bisschen heavy, ne? Das ist nicht der Einzige, der uns beschießt. Oh, Alter. Ja genau, Alter. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Goldener Down! Oh, ne Frisse. und der hat der Blau dabei verfickte Schuhe ist dir kalt Ihnen wird kalt ja das war wieder so ein wo ich dachte wer kommt denn da auf mich lege ich an du kannst wenn du Medipack dabei hast dich auch selber wieder aufheben übrigens ne also solange du das Medipack noch in deinem Inventar hast kannst du selbst wenn dich einer niederschießt rechtzeitig sonst auch wieder aufheben hier ist Stoff Klamotten Shelljacke Alter ich hab mich im Einkaufswahlen festgehanden hier nimm mal mit Schuhe lol du brennst ja dann ist es also ähm du hast die Jacke nicht mitgenommen nee brauchst du die nicht wenn es ne Jacke Jacke ist dann nehm ich die mit ja dann ne mit ne Jacke Jacke das ist ne Jacke Jacke glaub ich ist sicher? guck da nach nee ist nämlich wieder keine Jacke ist nämlich Jacke Hemd oh lol ja das hätt ich wissen ich hab nämlich noch kein Hemd nee ich hab keinen Hut ich hab noch keinen Hut wo hab ich denn jetzt meine Jacke Markierung gesetzt? wenn wir hier lang rennen oder wenn wir da links durch ne? da ist schon wieder was so aber ist das Ding wärmer als deine alte? da ist Stoff rechts einsam kurz gucken wir auf die Karte bevor ich jetzt hier wieder der Truck ist offen der Truck ist offen ist sowas ja, Medikament siehst du rein Medikamente hm 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 was stimmt denn mit dir nicht? äh Stiefel ach da ich hab's bessere ha ne Weste ne Weste ne Schuhe medkits hab ich übrigens keine mehr ne? also wenn du das nächste mal eins findest Versteck Versteck haben wir hier nicht schon? nein garantiert waren wir hier nirgends ok aber wir gehen jetzt gleich mal in das Versteck hier und werden mal ein bisschen gucken was wir schon anfertigen können ja schon abgeloot dachte ich mir aber das ist meistens spawnpunkt hier dann bekommt man denn neue blaupausen oder 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 wie dir läuft das? warte warte die kriegst du hier nach und nach du hast jetzt schon andere blaupausen deswegen gehen wir jetzt auch in das Versteck ok als allererstes ist es aber erstmal wichtig gleich ähm die Maske herzustellen ähm Skills und erweiterte Medipacktasche theoretisch wo ist denn der Scheiß? da so einfacher Virusfilter herstellen fortgeschrittener Virusfilter herstellen fortgeschrittener Virusfilter herstellen so wo kann ich nicht was Virusfilter? zerleg doch einfach mal die Sachen die du dabei hast fein musst du aber fortgeschrittener Filter kann ich bauen die Erste-Hilfe-Tasche auch bauen? erstmal den hast du die fortgeschrittenen Filter gemacht? ja ja die Erste-Hilfe-Tasche na klar dann kannst du im Endeffekt noch mehr Medipacks mitnehmen aber ich würde erstmal nach Skills gucken dass du Skills herstellst so jetzt guck ich mal schnell was ich an Skills herstellen kann äh gar nichts weil warum eigentlich nicht Impulsgeber und Haftgranate oder ne Quatsch Stich Impulsgeber Haftgranate und Erste-Hilfe-Medizin lol weil ich ne Erste-Hilfe-Tasche brauche und ich brauche Elektronik und so weiter ich muss noch so ein paar blaue Sachen herstellen hier du kannst ja deine grünen Sachen halt aufwerten ne? zu blauen das weißt du ja noch denke ich mal ganz unten oder? ne ich hab die ganzen grünen Sachen verlegt ja ja das ist doch richtig aber du hast doch die grünen Teile jetzt und die kannst du aufwerten ach ja 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 das musst du auch nicht mehr einzeln machen du hast jetzt da so einen kleinen Pfeil und kannst dann auswählen wie viele du herstellen möchtest oder dass du alle herstellen möchtest so ich hab mir meine Hilfszeit herstellen ich hab mir meine Hilfe-Zeit herstellen ich hab mir meine Hilfe-Zeit herstellen ist immer noch gelockt warum denn? keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Minuten, ich weiß nicht, wie lange du hast. Weil wir doch noch keine Zusatzausrüstung herstellen. Das machen wir später in Gold und Lila. Die blauen Crap-Scheiß-Dinger brauchen wir nicht. Wir müssen in der Dark Zone ja auch noch Materialien übrig haben. Alles gut. Kann lossehen. Ja, warte mal, jetzt markier ich mal eben schnell. Eigentlich müssen wir jetzt auch langsam in die Dark Zone, aber wir werden nochmal das eine Wahrzeichen vorher mitnehmen. Ich habe noch 40 bisschen. Ja. Bei 40 Minuten. Ja, so wie ich. Fast. Vollständige Invektion. Ja, die Fresse. Ich habe minus 12 und du. Hier ist erst die Hilfeset. Was? Ich habe voll, ich bin voll damit. Ach so. Gut. Oh, scheiße. Spieler. Da vorne sind Spieler. Da liegt Lila. Ja. Wollen wir ihn abfacken? Das ist nicht nur einer, oder? Das sind zwei. Nein, eins, zwei. Scheiße. Die kriegen wir glaube ich nicht. Nee, die sind, die rennen rechts rüber. Nee, die kommt zu uns, die kommt zu uns. Vorsicht. Wir haben uns gesehen. Wie schmeiße ich denn die scheiß Haftgranate? Cool. Hast du sie denn überhaupt schon, hast du sie überhaupt schon ausgewählt über L? Nein. An Fertigkeiten? Nee, ja, dann. Darum könnte es liegen. Ja. L und dann zuweisen und so, kennst du ja noch. Jetzt habe ich sie auch. Ja, das war jetzt doof. Den muss ich mir anziehen hin. Bullshit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo du hin willst, aber ich gehe mal kurz hier hin. Ja, ich würde eigentlich eher nach hinten weg. Ja, ja, ich renne jetzt schon nach hinten weg. Schade. Schade, schade. So, trotzdem nochmal kurz hinter uns gucken. Oh, 10er Schuhe. Ah. Den Feuer? Ja, hier ist eine Tonne. Wir müssen aufpassen, die hatten schon Selbstheilung drin, glaube ich. Ich weiß es jetzt aber nicht. Gut. Oh, Montage. Okay. Ich weiß es nicht. Äh, voraus. Und dahinter sind noch welche? Ne, doch nicht. Holla. Ich bin jetzt bei minus 17. Wir waren minus 12. Oh je. Hast du Medizin genommen? Oder war die leer? Ja. Äh, ihnen wird kalt. Ich muss hier kurz unten rein. Ja. Hier ist ein Medipack, wenn du brauchst. Ne. Okay, cool. Noch 27 Sekunden, dann krieg ich die nächste Pille. Wollen wir hier runter gucken? Ne. Ich will eigentlich zu dem... Warte mal, wo ist denn der Punkt? Da will ich eigentlich hin. Ja, wir rennen mal wieder hoch. Gibt es hier eigentlich keine Meldung, dass die Pille abläuft oder sowas? Nein. Doch, klar. Dann kommt, äh, fortgeschritten oder schreitet weiter fort oder örtliche Infektionen und so. Das zeigt er dir ja dann an. Ah. Gut. Da kommt man gar nicht durch. Ist doch scheiße. Was ist hier drin? Stoff. Toll. Dann müssen wir hier rumrennen. Mensch geht runter. Medikamente. Hast du noch? Ich hab noch. Okay. Da ist warm. Joa, also mich interessiert das jetzt nicht mehr so. Ja, mich schon. Ja, ich weiß. Deswegen alles gut. Jetzt hab ich Elektronik. Wirst du? Oh, na. Gold. Gold draußen. Gold. Wo denn? Alter. Direkt am Fenster. Oh ja, ich seh' ihn. Äh, und zwar ein Medic auch noch. Wo ist der da? Der ist hier. Der ist hier an der Wand drüben. Da ist er. Okay, das wird schwer. Noch mal mit Q zünden gelauf. Der ist zu nah. Ich nehm' die Pumpe. Okay. Alter. Aufpassen. Bleib immer dahinter. So, Klamotten haben wir für dich. Äh, eine Beanie und Dings. Oh ja, schöne Sachen. Ich hab eben noch was gehört. Ich geh' nochmal in Deckung. Ich hab' noch ein Mineralwasser mehr, hab' ich nicht. Was, kein Riegel mehr? Nein. Okay. Ja, Mineralwasser hilft dabei nicht. Wasser hier hilft nicht. Ich hab' so. Na gut. Okay, ein Riegel hab' ich jetzt raus. Hört doch hier was. Warte mal, hier ist irgendwo. Wir müssen in eine andere Richtung. Hm? Irgendwie müssen wir da rum. Wie sind wir denn, warum sind wir denn hier so gelaufen? Mal kurz auf die Karte gucken. Ach, da hinten. Lull. Wie schickt der uns denn lang? Das geht gar nicht anders, oder was? Ne, das geht nur so. Wir kommen... Achso, das ist da oben. Kommen wir hier nicht irgendwie rauf? Da ist er, da ist er. Wer, wer? Ach, das ist ein Standard. Ist ein kleiner Roter. Ne Knarre. Hinter uns. Was denn? Glaub mir, hier geht's irgendwo hoch. Ich war hier schon mal oben. Hier ist irgendwo ein Seil, oder sowas. Oder andere Sachen, die einfach nur willkürlich rumlegen. Das soll denn hier schlafen. Hier, könnte was zu essen sein? Wo? Da. Ach, da. Jo, in Riegel. Sehr. Jumi. Was sehe ich? Jetzt brauche ich nur noch mal schnellen Unterstand. Noch mal schnell. Ach, hier, in den Zelten geht's, oder was? Möglich. Brauchst du Medizin? Ne. Warum nicht? Ich bin eigentlich voll. Okay. Also ich hab jetzt noch... Also ich hab nichts mehr, aber bin bei 38 Minuten. Na, Lila. Endlich mal Lila. Ne. Eine Maske. Hab ich schon. Kannst aufnehmen. Äh. Was? Ich hab was gehört. Ja, ja. Bei uns. Ja. Ich auch. Loll. Hier schießt was. Oh. Immer noch. Dreckiger fucking Wollschal. Was gibt's hier? Nichts. Da, hier ging's hoch. Sieste? Wusst ich's doch. Wie sieht's mit der Kälte aus? Bei wie viel bist du? 16. Schüsse. Schüsse. Alter, gar nie. Ich hab' nicht gesehen, war der Mob. Ja. Okay, cool. Ähm. Bei wie viel bist du? Minus? 16. Ja, sehr gut. Da können wir uns ja schon fast sonnen hier. Der lädt hier immer noch. Da ist ein Wasser. Oh, oh, oh. Endlich. Fucking MG, ey. Das ist eine kleine Kiste. Ah, Handschuhe. Lila, oder was? Ja. Schön. Hier ist noch eine Kiste. Erstmal aufhören. Jetzt hab' ich nur noch ein grünes Ding. Lila Handschuhe. Das war's. Hier geht's, glaub ich, runter. Ja, das ist auch nicht der Punkt, wo wir hinwollen. Komm mit. Und danach, äh, geht's denn in die, äh, Dark Zone, so gut wie. 40-40. Ja, ich bin drunter unter der Zeit. Ah, es dürfte schon die Norden. Hier wird mir der Punkt angezeigt. Oh, ja, okay. Ich weiß auch, warum. Hm? Hier ist eine riesen dicke Kiste, Mann. Der Gold ist noch da. Ich hab' den Lauf. Ich seh' nichts. Da kommt er. Scheiße, ich bin zu weit hin. Eine Maske. Lol. Friedliche Geländestiefel. Fuck you. Eine AK-47. Ja, nimm dir. So, da war noch was. Außer die zwei Sachen da jetzt. AK. Ja, dann nimm, du hast die Waffe, das ist okay. Ich hab dafür ein Klamotten-Teil gekriegt. Was ist das hier? Da, äh, hier links ist noch eine Kiste. Ne, in Rucksack. Was hab' ich für eine Waffe gekriegt? PB19. 5400. 700 Schuss. Oh, hau den. Neh' ich als erstes Waffe. So, hier ist warm. Ah, die Kiste. Ich glaube, man kann nicht hier... Willst du ein MG haben? Ich nehm' erstmal hier ein bisschen Schmerzerblätten. Und dann guck' ich was hier noch drin. Toll. Blau Anschau. Ne, ich hab' äh, dings. Ich hab' ne PB19. Alles gut. Äh, was... Irgendwas wollte ich gerade austauschen. Ach ne, ich wollte nichts austauschen. Ich hab' nicht mehr zufrieden nehmen. Okay, hier ist alles gut. Ist alles safe. Und jetzt geht es nämlich da rein. Äh, und zwar... Ja. Äh, haben wir noch einen Unterschlupf vorher? Äh, nicht wirklich. Doch, da oben aber noch. Lass uns das mal eben hin. Äh, wo muss ich laufen? Wo muss ich lang? Ich lang. Ich muss nie wieder runter. Warte mal. Hier drin. Oh Gott. Möchtest du ein Viererhemd haben? Nein. Ich nehm's dir trotzdem mit. Danke. Gleichen Weg zurück, wie wir gekommen sind? Ne. Ich muss ein bisschen anders laufen. Bring ihn einfach runter und renn deinen Namen hinterher. Mann, du sollst nicht da hoch. Ja. So, schnell da rein. Das zweite, das Heilungsteil holen. Ähm, und dann müssen wir direkt in die Darks holen. So, erste Hilfe und herstellen. Gut, hab ich hergestellt. Passt. Alles andere reicht aus. Erste Hilfe-Heilung gekauft. Hergestellt, mein ich. Erste Hilfe-Milty. Oder den Posten. Ne, nicht den Posten. Gut. Das ist, dass du halt kontinuierlich alle paar Sekunden halt ne Heilung hast. Das ist wichtig. Ähm, so, jetzt brauchen wir... Hab ich? Aber ich kann noch eins, oder? Ne, du kannst bloß zwei auswählen. Das Hauptteil kriegt man nicht. Mein Gott, ich will den Eingang hier nehmen. Kannst du mal bitte den Eingang hier markieren? Egal, jetzt haben wir die Feuertonnen als Markierung, egal. So, komm. Wo gehen wir raus? Da gehen wir raus. Kann ich denn die ganzen lila Dinge nicht? Achso, weil mir ein Waffenteil fehlt. Oder was? Weiß ich nicht. Zur Wurst. Weil wir das nicht herstellen. Weil wir erstmal die Dark Zone müssen, damit wir die goldenen Sachen herstellen können. Du bist nur jetzt rausgepft. Ich spring jetzt hier raus. Ähm. Ja, ja, ist alles gut. Du bist ja noch näher. Ich komm. Lauf ich jetzt richtig? Ja, lauf ich. Da vorne wird ein Feuer angezeigt. Ja, aber wir müssen eigentlich vorher hier links irgendwie... Erst hier geradeaus zu und dann links. Nicht jetzt schon. Okay. 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 Waffenteile, hier, komm mal hin. Ja. Brauchst du Nahrungskonserven? Ja. Rupo. Ist das Werkzeug links? Da links, links, die geht ja da, ja. Drei. Bitte. Hier waren wir schon mal. Wo bin ich hier jetzt? Achso, okay. Ja, aber rechts von uns wurde gerade hart geballert. Das ist die Dark Zone. So, kurz einmal einmal. Da rückt ich da gar nicht rein. Den. Muss man da rein? Ja. Wir müssen ja ausfliegen. Wir müssen ja irgendwie abholen. Frage nochmal. Muss man da rein? Achso, F. Okay. Ah, Moment. Was, hätte ich es wieder vergessen? Was? Oh, meine Selbstheilung auf E. So, warte mal ganz kurz. Wo sind deine Virusdaten? Scheiße. Meine Virustatica sind oben links. Wo musst du hin? Was ist denn Virustatica? Guck mal bitte schnell auf die Map. Ja. Dann suchst du eine Lupe. Die Lupe? Ja. Die ist links hier unter dem großen Gebäude. Wie? Wo? Markier du mal bitte. Kann ich nicht. Doch, du kannst. Jetzt habe ich Wegmarkierung gesetzt. Warte, ich muss dich jetzt auswählen. Guck mal, Glied. Da, Begleiterwegmarkierung. Da hin. Was ist jetzt schneller? Gehen wir erst zu meinem? Wir gehen erst zu meinem. Das ist ein kürzerer Weg, glaube ich. Obwohl, nee. Mit dem Abholbereich, das machen wir anders. Wir gehen erst zu deiner. Ich habe markiert. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Das ist mal ohne Umwege. Weil wir müssen nämlich beide einsammeln. Also meins und deins. Warte mal. Kurz zum Check. Wie lange habe ich noch? Oh, 28 Minuten. Ach, die Liga. Muss uns ein bisschen beeilen. Und wenn man diese Virus-Kacke mit Arsch hat, was dann? Dann müssen wir, also wir müssen auf jeden Fall gleich noch eine Notfallpistole herstellen. Diese Feuerpistole da. Weißt du, was ich meine? Und dann müssen wir das ausfliegen. Dann müssen wir zum Helikopterplatz. Und dann werden zwei Agenten auf uns warten. Und uns killen wollen. Und da müssen wir uns halt erst gegen wehren. Und dann können wir das Ding ausfliegen, wenn alles klappt. Wenn nicht auch noch Spieler dazukommen. So, wenn du jetzt halt hier irgendwo auf dem Weg Kisten siehst, kannst du ruhig einsammeln. Nicht so eine Verbrauchsgüterkiste unbedingt, aber halt Kisten, wo normalerweise Loot drin sein kann. Ach, scheiße. Ja. Da ist nämlich Goldloot drin. Da hinten zum Beispiel. Ist da eine Kiste? Nee. Oh, links kommt. Ja, wir müssen aber trotzdem noch links. Ja, wir müssen aber trotzdem noch links. Erstmal nicht so viel Zeit verschwenden. Ich habe halt nur noch 28 Minuten. Ich weiß halt nicht, wie viele Medikamente wir noch finden. Und nicht, dass ich dann draufgehe. Aber die zwei Links hier können wir immer. Was haben sie? Mineralwasser. Können die Medikamente will ich haben von euch? Idiot. Ich habe gar nicht zu meinen Medikamenten. Fällt mir gerade auf. Ich auch nicht. Bei mir läuft die Zeit halt. Was haben wir hier? Ach, Merkzweck. Lila vor uns, zwei. Ja, okay. Nur? Nee. Ich sehe nur drei. Deckung gehen. Blatt machen. Los. Oh, lol. Ich umlaufe links. Ist down. Auch down. Was habe ich hier? Ich habe hier eine versiegelte Ausstattung hier. Du kannst... Da ist eine Kiste drin. Eine Ausstattungskiste. Wo? Ah, hier. Gut. Mein Gott, hat die alte mich erschreckt. Ich dachte, wer quatscht da. Welche alte hat dich erschreckt? Pass auf, hier nicht lang. Die quatscht hier mit extreme Kälte und Zunge. Nicht an Stahl. Was vor uns? Oh ja, ich sehe es. Aber nur lila. Ich komme von rechts. Was hat der Typ? Wie? Kaepard SAS-Sniper. Kaepard SAS-Sniper. Die braucht kein Schwein. Müssen wir denn lang? Links. Links jetzt gleich. Ich wollte halt nicht bei dem Links lang. Wir müssen jetzt links. Oh verdammt! Was denn jetzt? Komm her hier. Was ist denn da? Ach, das sind nur normale. Aber da kam halt auf der Seitenstraße raus, die kleine Cracknutte. Okay. Einen Lila hinten dran. Hm. Eins auf gar nichts. Voll. So, komm weiter. Hier ist nämlich deine Dings, deine Kiste. Was muss ich denn mit dem Ding machen? Einfach nur aufheben. Hä? Ach, draußen. Pass auf. Guck her nach, ob du Division Tech auch kriegst. Ja, eins. Ja, für mich auch. Sehr gut. Nahrungsmittel. Ja, komm weiter. Wir müssen jetzt zu meinem Hochrennen wieder. Meins ist halt ganz oben links. Falls da gerade Leute kommen, ich muss mich mal kurz schützen. Okay. So, wir rennen jetzt hier. Warte mal. Mein Gott. Ja, guck doch. Mach das schon. Ja. Äh. Re... Ach so, sonst schickt er uns durch das komplette Gebiet. Das heißt, wir rennen hier rechts. Und dann links hoch. Mein Gott, jetzt hat er Hunger. In der Dark Zone fällt mir auf. Da... Mimit der richtig rum. Die Spritze kann man nicht fallen lassen, ne? Nein. Ich hab selber Tabletten gefunden. Oh. Wir haben ein Problem. Renn. Renn. Einfach rennen. Warte, warte, warte. Ich mach die Kiste auf. Mach du die andere Kiste auf. Ähm, wir haben uns hier sehen. Okay, okay. Egal, dann weiter. Komm weiter, komm weiter. Komm einfach weiter. Komm. Dann laufe doch. Ich laufe doch. Du brauchst mich nicht dreimal sagen. Komm, komm, komm. Ja, ich hab nicht bloß gesehen, wie du noch da hinkst. Ich dachte, Mensch, kommt der jetzt oder kommt der nicht? Schön abgezogen, die Jungs. Oh, oh. Ich hoffe, die jagen uns nicht großartig weit. Stoff. Alter, jetzt kommt es von allen Seiten oder was? Ich hoffe, die jagen uns nicht großartig weit. Ich hoffe, die jagen uns nicht großartig weit. Komm, 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 komm. Vielen Dank. Ah, die Medi sind ausgelaufen. Kacke! Ja, meiner auch. Alles gut. Die Zeit läuft halt. Ist halt kacke. Einer unten links. Einer oben links. Ist scheiße. Oh, da sind Mobs. Oh, Pumpe. Gut. Bist du noch hinten dran? Ja. Okay. 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 Kommen wir da durch? Glaub ja. Pistole. So. 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 Okay. So. 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 klamotten wenigstens irgendwie das schlechteste was er hasst dass er das in gold herstellt bei mir rucksack knieschoner holster wären das wenn ich überhaupt herstellen kann gar nichts herstellen du hast du schon umgewandelt du hast doch alles zerlegt was du an crab klamotten aufgesammelt hattest also was mir bauen könnte wenn der mod ich kann nicht vorstellen da ja Was fehlt dir denn, um überhaupt irgendwas herzustellen? Division Tech für Gold. Ach so. Da hab ich auch nur eins gekriegt. Irgendwas für ein Röpf. Auf, ihr kackt. Ich baue mir ein Mod. Oh yeah. Oh, ich bin bereit. Brauchst du noch? Äh, ich bin gleich soweit. In wenigen Sekunden. Dann schmeiß ich mir schnell noch ein Kaffee an. Oh, kacke. Oh, ich bin Krause. Oh yeah. So. Kühlchen! Da bist du. Ja, wir sind gerade noch ein bisschen unterstresst. Bist du weiter? Ja. Wie viele Minuten hast du noch? Nein, nicht CV. Wo sehe ich denn das? Einfach V gedrückt halten. Ne, nicht V gedrückt halten. Du siehst, wenn du bei V und einmal auf die Medikamente gehst, müsste Lebenserwartung dastehen. 25.52. Loll, ich habe nur noch 13 Minuten. Wie er ewig Zeit hat hier. Okay, dann geben wir auch gleich hier vorne ab. Wie gesagt, da kommen gleich KI-Agenten, ne? Das heißt, die... Boah, rechts. Schnell. Ich bin durstig. Dann trink was. Können die was? Ja. Die können machen, dass du halt deine Elektronik nicht verwenden kannst und so weiter, also... Okay. Oh, hier ist Gold überall. Einsammeln. Ja. Okay, meins ist der hier da hinten kann zu haben. Ach, du hast da hinten auch Gold? Cool. Ja. Hier liegt irgendwas. Versiegeltes Dings da. Hier liegt überall Gold. Komm. Ich bin voll. Ja. Bist du auch voll? Nö. Ach, Quark. Komm hierher. Hier hinten ist nochmal Gold. Alter, was? Ja, ja. Nicht um die Ecke. Ich sehe das gar nicht. Ja, weil du noch nicht hier in der Ecke bist. Oh. Alter. Ach, ist nur eins. Ja. Egal. Ach, wir haben nur sechs hier. Okay, dann bin ich fast voll. Bin von neun ausgegangen. Ja. Hier müssen wir echt aufpassen. Mal sehen, woher sie kommen. Also gleich in Deckung gehen und dann... Ich rufe. Ja. Die hat ja geschrien. Ja, ja. Alles klar. Lass ihn schreien. Die kommen jetzt. Die sind schon irgendwie unterwegs. Ich habe leider... Ich habe ja keinen Scan. Das heißt, wir müssen jetzt gleich gucken, von wo die kommen. Konzentriertes Feuer jeweils immer auf einen... Siehst du schon was? Negativ. Ich spring mal nach rechts rüber. Aufpassen, die hauen Mörderschaden raus, ne? Immer noch nix. Die Arschgeigen sind schon da. Aber wo? Loll. Wo bleiben die? Keine Ahnung. Ist mir egal. Wenn ich es dranhängen kann, bin ich glücklich. Das ist nicht dranhängen. Wir müssen da rein springen. Von mir ist auch das. Ist mir auch egal. Wenn ich da rein springen kann, bin ich glücklich. Wie lange noch? Eine Minute 40. Alter, was? Na ja. Die sind hier irgendwie, glaub mir. Ich bin hungrig. Warte mal. Ich darf doch nicht weiter. Okay, wir kriegen keine. Warum nicht? Naja, dann nicht. Wir kommen in den letzten Sekunden. Ne, ne. Normalerweise müssten wir jetzt schon die ganze Zeit fighten. Vielleicht weil vorher hier schon einer abgegeben hat. Irgendeinen Bug oder so. Wie lange hält sich so eine Sticky Bomb am Ground? Ne, die explodiert hat es halt selber. Also nicht lange. Okay. Nur weil wir kriegen tatsächlich keiner. Ich glaub das ja gar nicht. Das ist ja doof. Warum? Weil wir vollgelootet sind? Oder weil hier vorher eben gerade einer abgegeben hat? Das könnte doch jetzt sein, dass hier... Er hat vorher einen abgegeben, während wir in einem Safehouse waren. Ja. Aber normal müssten die trotzdem kommen. Da ist unser Heli. Aufpassen kann sein, dass halt zwei Spieler leben noch. Dass die uns jetzt... Interrupten wollen hier. Ich sehe aber noch keinen. Die auch noch nicht. Puh. Okay, rein. Wie mach ich das? Elf gedrückt halten. Achso. Konnte ich gerade nicht, weil du drin saßt. Na? Puh. Ich war ja schon ein bisschen anweilig gerade. Ha. Fuck you. Am Ende. Können froh sein. Ach, sonst hab ich immer irgendwelche Spieler, die sich da noch einmischen, während ich gerade am fighten bin. Grämmen natürlich nicht lüter. Hast du die Spieler geschmiert oder was? Nein. Das dauert manchmal ein bisschen. Okay. Applaus Ja. 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 Schö B1 Ja. Da x強,4